was geht und herzlich willkommen zurück zu shell shock live mit patrick mit live mit nickers mit herbe freundlich aka tom ulich oder wie auch immer und ich mit der tim md und nirion und web gott das ist eine aufnahme ich höre das leute geht mal auf der wälder drei gears alle verrückt hat aufgelebt was heißt das wetten drei vierte sind golddinger mit macht ihr mit ja 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 wird lustig hat aus dem älter was er entscheidend machen warum bist du denn hoch ist er drei hier sein da bin der weg gewinnen das team warum hast du so viele scheiße hier ist das team das gewinnt oder hat die eine person das team glaube ich oh web gott ist deutsch wie heißt der gute ich hab doch gerade mal 340 nicht rape ja gut hab ich was falsch verstanden ey was für drei gears alter ja weiß eins deutscher alles und keine halle ja mal schauen wer ist wer ist wappigott oder ich habe gewettet ne jeder hat gewettet du mich cool weil sie schießt einmal komplett durch das trifft alle aus was wahrscheinlich Meinst du live krieg keinen Schaden? Ey, warum hast du so viel Armor? Ich hab müssen geskillt. Weil er... Weil er kann. Ich hab aber auch so viel Armor. Was ist Minipinger? Ja, vier Armor mehr. Minipinger ist schlecht. Ich hab eingeloggt und dir so? Ja, ich hab auch eingeloggt. Ich glaub ich treff Botbomb, sorry. Ich treff auch auf. Was? Lol, das sind keine Mates, wie geil! Ja, nice. Meinst du's gut? Die Jungen, die euch da stören in Kur. Alter, shit. Junge, der guckt dir die Leben an, die wir aufgezogen haben. Der stört. Fuck. Ich wusste gar nicht, dass Wainbow durch Team-Mates geht. Ich hätte jetzt gerne euer Leben auf Spiel gesetzt. Ja, klar. Ich stehe hinter dir keine Angst. Oh, ich hab ne Granate, nice. Ja, ich hätte dann in deiner Richtung gesch- geschossen. Wahrscheinlich wäre der dann gegen die Wand, hätte mich noch getroffen. Halt. Oh ne Katze, Vorsicht. Was? Oh, ja, Mann. Komm, Botbomb. Ne Katze, die sind... Ahhhh. Oh, dann ist das mal versenkt. Botbomb wurde versenkt, ja. VapeGod hat 120 Damage gemacht. Da 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 da. Wer ist? Wer ist das? Wer ist das? Brennan. Nein. Oh, 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 oh. Boah, die Granate fällt auch noch rein. Ja, meinst du? Alter Nerion. Es hat nur noch 14 Leben, ne? Leute Nerion, gib Gatte immer bitte. Guck mal, wir hauen die nach der Stärke raus. Nerion zuerst, dann Röhren, dann Melkot, dann... Ne, klar. Also irgendwie passt das nicht, ne? Deshalb hast du auch noch voller Arme, ne? Leif. Ja. Weil ich halt nicht so gut bin. Jungs, wenn ich euch treffe, das tut mir echt leid. Oh, ich liebe das Ding, das will ich in eure Nerion. Oh, 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 oh. Oh, ja, Mann. Boah, was? Oh, oh, oh. Jawoll. Komm, Leif. Oh, nice. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Stille. Äh, Nerion ist tot, würde ich sagen, ne? Ja? Ich kann so klar sein. Nerion? Ja, der ist tot, ich habe den auch noch einmal invisiert. refreshing jorn 뭔atik manipuliert, glaube ich ist aggall, aufDay. Ja, oh, nein. Meinst du Nerion ist tot? Nein. Oh,ag. ich hab's geld auch schon jeder kann das geld sammeln die hausse ich hab schon geabbrotet hast du eingeloggt da oben drauf nein ich schieße daneben also dran vorbei aber da ist ein portal im weg ja niklas auf wen geht er denn nicht dass ich auf den ziel ich versuche auf dem zu gehen aber das portal ist im weg also ist das ja was meint ihr habt ihr habt alle gehen auf dem ok ich gehe auf jürgen ich nicht ich kann auf jürgen dann bei wenigstens gleich verkaufen was ist los bei euch das kann ja nicht sein Jürgen, Jürgen ist asozial. Jürgen ist asozial, auf den geht's nicht. Immer auf die Klotten. Du hast halt die größte Klappe. Ja, Jürgen, das erfasst. Chicken fliegen, hat's nicht gesagt. Warum? Warum Elbegrott gerade? Zu uns ist ne Mauer. Baut ihn hoch, dann kann er besser auf uns schießen. Und dann könnt ihr dich nicht mehr treffen. Ja, ein Sniper? Boah, der hat nen Sniper bekommen. Ja, hat er. Und Jürgen ist Sniper-King. Ja, Sniper-King, vorsichtig, der trifft immer mit Sniper eigentlich. Eigentlich. Eigentlich, ja. Wir sollten mal VapeCop totmachen. Totmachen. Nachdem wir geumbootet haben. Nein, ist hier auf VapeCop Jürgen. Wir einfach alle daneben schießen bei mir. Ja, bei mir nicht. Wie du auch da zwei Portale direkt vor deiner Nase hast. Glaub ich triff. Boah, boah. Wohl, nein, gar nicht. Schade. Nee, willst du nicht, Mann? Wow, 10 Leben. Das ist ihre Damage. War das gerade der Mini-Pinger? Ey. Meinen Sniper versteckt sich? Da hat er eine Graz, die er reinwerfen kann? Mhm. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice, ja. Hier hat nen Spyker, den kann ich dir gegen die Wand hauen, dann kriegt das alles auf ihn. Nein, nein, komm. Schade. Oh. Haha, da hast du es. Da hast du es, Alter. Wie mich einfach niemand trifft. Das könnte sich ändern. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Warte, bist du das Item-Link? Ja. Okay. Verdammt. Mal wissen. Wow. Ich wollte gerade sagen. Wow. Hab ich überhaupt irgendwas bekommen? Alter Patrick, guck mal über dich. Oh, for fuck's sake. Was ist Master Beam? Das ist gut, glaub ich. Ey, wenn ich Glück habe, treff ich Double Damage. Alle gehen auf Double Damage, würd ich sagen. Ich hab halt wieder nichts... Vernünftiges, so. Egal, mach Patrick, mach Druck. Ey, wenn... Ah, fuck. Vape God, ich glaub ich bin auf Double Damage, weil der die... Scheiße. Ja. Ich hab dich gekriegt. Ich lösche das Feuer. Wappelassen. Was das denn, bitte? Diesel. Meinst, ich bin alleine? Hab keine guten Waffen? Meinst, Leif hat ne große Schnauze gehabt und gesagt, ich komm als letztes dran? Ey, Leute, ich hab gewettet, ne? Wir haben alle gewettet, glaub ich. Alle müssen gewettet, sonst kannst du gar nicht spielen. Ja, live. Ach, ich glaub, wir hören ja am nächsten. Elbgott regelt das. Wir können ja nicht noch mitreißen im Tod, glaub ich. Verdammt, viel zu weit. Oh, 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 oh. War geplant. Naja, ich glaub aber... Brauch wir nur ne Klasse, siehste? Auf beide. Ah. So macht man das. Ich glaub, ich treff echt nicht, ich hab ein bisschen zu viel Power. Wie nutzt man den Tracer eigentlich vernünftig? Ja. Was? Den was? Den Tracer, das Item. Nein. Keine Ahnung. Ich nutze die ganzen Items, das ist eigentlich gar nicht. Ach, der Tracer, der zeigt den... Wir kommen hier aufs Doppel Damage, nice. Ey, was? Als ob mein Zipper nicht trifft, was ist das denn? Der war scheiße, halt. Halt's zum Haul. Sieh, ist doch so. Rainbow macht kein Team Damage-Ding. Doch, doch. Nein. Hört auf Julian, verdammt. Oh, meh, hehehe. Was war das? Ja, gut. Gar nicht mehr scheiße. Nimm ich einfach nicht die Weg. Willst du das Dingens-Ding da? Nein. Ja, ich auch nicht. Ich probier mir die Waffe aus, ich kenn die gar nicht. Wutze. Wie heißen die? Keine Ahnung, Spiker. Die ist ganz witzig. Oh, wir hatten es einfach dran. Oh, Spiker ist so scheiße. Tut's halt nicht. Fuck! Ey, ich wurde einmal getroffen, kann nicht mehr schießen. In letzter Zeit liege ich irgendwie anzugleichen. Ich hab meine Schussbankenbetterstörte, ja. Ah, irgendwie treten wir. Oh, oh. Oh, oh. Hä? Jawoll. Ja, nee, ist blöd. Ein UFO, ein Chopper, ein Chunk, Alter. Okay, das waren nur Items. Was ist UFO? Ich kenn das nicht. Nix, nix. Ist ganz schlecht. Lustig da? Weil, was macht denn das? Muss ich damit genau treffen? Keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Versuchst du einfach. Ufo incoming. Ufo? Was? Ein Zopf. Das macht bestimmt heftig Schaden. Ja, bestimmt 50, 100. Wenn es trifft. Wenn es trifft. Ich kenn das alles nicht. Dann probier's doch aus. Na, Chopper. Ja, Chopper ist englisch. Das kannst du hier vielleicht noch übersehen. Aber was hat mich da grad getroffen? Mein Static. Mach doch. Oh, Pat, ich kenn das gar nicht. Nein. Da bist du ein paar Fireworks. Alter, Helikopter so. Ich kann noch gehen. Nee. Ich kann wirklich noch gehen. Deine Posis sind viel Kacke. In der Ecke. Deine Posis ist grad geil. Bleib mal so. Ja, ich hab deine Bahn. Und ne Sniper. Ja, verliert eh. Danke. Einfach nütz. Oh, 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 oh. Warte mal. Jawoll, trifft. Nein, das war nicht so klar. Das war einfach Schaden. Okay, hab ich halt geschocken. Meinst du die Kacke am Ende das genaue Ziel zerstört so? Da. Die Blub. Meinst du die Treppe immer noch? Mal gucken. Aber das ist ja bei Level 2 ja super. Hey. Wow. Und das recht hart ist das richtige Scheiß. Tut voll weh. Ja. Egal. Komm, mach mich weg. Oh. Ey, der macht doch kaum mehr Schaden als der normale. Hey, was ist das denn? Was ist das denn? Egal, ich versuch mit Bande hinten. Ja. Wie ich halt gerade versucht hab mal hinten was zu gehen. Der ist viel zu hoch. Oh, Alter. Oh, oh, oh. Ah. Das war scheiße. Ich weiß nicht, ob ich treffe. Ich hoffe. Ja, anders kann ich das Tor sein vielleicht. Verdammt, es rollt ja. Da war ja was. Oder? Nee. Boah, das war knapp. Boah, das war knapp. Meins, der lebt mit wieviel Leben? Vier. Ne, sechs. Ich kann nicht aufsicht. Ey, Rainbow macht keinen Schaden an Teammates, ne? Vielleicht. Nein. Nein, macht's nicht. Das prallt aber am Kreis ab, ne? Fail. Ich glaub, geht das nicht durch. Verahne. Er ist gleich hier noch zu verarschen. Ich hab ein Schild an, Jürgen, hey, jetzt auf... Boah. Oh, nice. Hab mich gut gehalten haben wir noch, ne? Egal, dieser Vape-Gott ist Dingern, das vergutbar. 147, 80. Ja, 157 hab ich. 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 Junge, Level 38. Ich hatte nur 53, Alter. Ich hatte auch schon getroffen. Ja, Brisco ist 16. Loi, warum hab ich so voll viel... Achso, weil wir gewonnen haben. Ja, auch richtig dick Gears gekriegt. Ja, der Tim auch. Wie viele die Gears habt ihr gekriegt? Jeder sechs? Ja. Ja, kommt hin. So, ich muss leider los. Yo, we ranked 17011. Echte zwar Dreck? Ja, leider. Ich muss noch ein paar Sachen machen. Ja, okay, dann stell runter auf sechs Player. Am Wochenende hab ich aber irre viel Zeit, also da können wir gerne machen. Wow. Hier. Hä? Was machst du denn, Melody? Also nur mal so, wir haben jetzt alle 600 Leben. Nur um das kurz auf den Punkt zu bringen, ja? Ja, 600 Leben, 138 Amor nochmal extra. Jetzt würdest du das richtig dumme Ruhe rumgeballern einfach. Ja. Über 20 Runden wahrscheinlich auch noch. Ja, den Weg verdammt. Oh, 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 oh. Ja. Hä? Scheiße. Oh. Okay, da ist voll weit weg gegangen. Ehrlichen Kreis, verdammt. Was was über Dings. Hm? Was was über Dings. Mikrofon muted. Ja. Das hoffe ich aber nicht. Hm, hm. Kann man wetten, die gehen als erstes auf mich? Lass mal Nickers gehen. nur meine wette zu zerstören und was um die wette zu zerstören was für eine wette ich hab das ausgestellte das war hallo meinst du ich bin safe? halbwegs mikrofon aktiviert die june hat fast kein leben verliert nur armor logischerweise erstmal digga hat schon fast sein leben vielleicht verloren sein armor mein ich so ja digga ich hab vielleicht 20 armor am anfang oder so ne noch nicht so ein hohes level wie ihr du musst ein hohes skillen die sind halt die low xp laner KADAM karma switch da ist karma da hab ich nicht getroffen jürgen glaubt ihr äh ich kann mich nicht bewegen aber ja könnte ich obwohl komm ich nicht dran da kommst du dran wenn du nahe gut ran fährst nimmt der jetzt automatisch meinst du der geht auf mich? wie da einfach was reingeben deswegen verfehlt das kann nicht wahr sein nur wegen ecofresh man ecofresh mach er wieder in der u-bahn unterwegs mach er wieder in der u-bahn unterwegs dann darf ich nicht weiter sprechen ansonsten lol lol oh knapp das war egal ich hab nur 2 getroffen und ich hab 48 damage gekriegt ja ich hab auch 48 damage gemacht er hat 48 damage ich hab 40 die Dinger sind krank die waren echt weh die haben mich nicht getroffen zum Glück rampage ah 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 zum Glück kein 2 der auf damage gekriegt ja das meint sich denk ich ein bisschen fest egal ich kann auf den kastor auf weiter schießen weiter schießen kann man das schaden machen kann man das schaden machen mit dich? nö wow damit meine Fluchtkanze verändert ein bisschen wow macht damage weißt du na das war richtig scheiße hey biñata das sah gut aus mexicana 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 oxalis wieder hoch leckerst schade nein das trifft ich gar nicht hab doch gehofft der baut mich wieder hoch aber nein nicht mal so sozial ist er muss man selbst machen sein müsste aber 1 zu 5 ball trifft teleportation kommt ihr wirklich zu mir ins loch schadet immer von euch drauf nicht live zufrieden ja ich nikke auf niklas ich mach lieber dem julian noch ein bisschen schade warum ich treffe ich glaube ich war niemanden war niemand denn auch ich treffe niemanden verdammt hey hast getroffen was war das nein nein doch schießt schießt einfach so und triffst du ins portal dann musst du optimieren wcf was soll ich denn entschießen ich hab schon eingeloggt also entweder es geht jetzt gut oder es geht schief oder es geht ganz schief ja ne ich lass die zeit ich lass die zeit ablaufen digger schießt schießt oder so ich will wissen ob das funktioniert ja gut dann schieße ich hier so ja gut dann schieße ich hier so wow hm 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 Years Books Done es sind es sind g und baum ja das stimmt warum stellt sich genommen in den schussbahn ach komm sei leise schlauer baum und baum nicht schlauer baum oh ich bin jetzt einmal dreimal dreimal viermal viermal ja das ist safe würde ich sagen und baum nicht was man meist schaden kommt jetzt mich nicht kaputt machen das wäre okay ja auch auf jeden 6 46 aber es hat geklingelt was du mal aber es ist wirklich sein was war das das kommt von der woher hast du etwas in einer dose einer das blubbern ist witzig ja ja du flette ich war darauf zu einmal dran waren ja und schilding es muss noch was ich sehe nicht und daneben 1 2 daneben abdoppelt damit ihren probiers er gibt neue sachen ich drück schnell feiern auf die plädte ich kann nur noch ein schott machen mir ist dasselbe dämlich passiert wie das letzte mal ich hab das essen doch im ofen was warum ja das habe ich irgendwie verpeilt ja also nach der runde gehe ich sowieso auf wieder die größten scheiß sachen alter ja ich krieg jetzt noch einen reingedrückt zum abschied und dann schieß doch einfach mann ja dann schieß ich aber dich ab weil ich das maul da ist ja dann schießt du dich ab bleu was hast du denn geschossen auch das ding gravis oder nein das war doch kein regenbogen hab auch getroffen gravis oder so weißt du das ding doch ja ja das war ein regenbogen für abend ist das ich gehe auch gleich aus dem game raus was ist denn was passiert war cool dass du mitgespielt hast Tom gerne wieder ich weiß nicht ob ihr morgen zeit habt da waren so zwölf noch mal mit dabei kommt drauf an wann morgen jörn samsen effizient ich weiß ich wollte es einfach mal schießen gut dann gehe ich jetzt auch raus nein jörn wir stehen jetzt noch zu Ende komm wir machen nix noch fertig und noch dran leben komm ich riechst eh euch tot macht's gut hau rein bis nächstes mal oh WTF was ist das bitte für Geld viel da komm ich erspare euch die Arbeit durch gerade alles klar gut Leute wir hoffen wieder es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen wenn ja dann lasst doch nen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht's gut haut rein und ciao tschüss 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 tschüss